Fuck, das ist super. Nein. Ah! Oh no! Oh! 1086 Meter. Ah, er macht nur diesen. Ja. Stopp, der wird zu den Perrin. Ja. Stopp, der wird zu den Perrin. Ja. 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 Los, los, los. Los, los, los. Los, los, los. Ich würde fast das verletzen können. Sonst wird es nichts. Los, los. Los, los. 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 Das ist genau das Gegenswert, Leute. Das nervt. Ja, jetzt. Ich kann nie mehr. So close, so close. Oh, da rennen wir immer noch. Junge, die wollen mich halt übelst, Alter. Du willst mit deiner einhändigen Seite, ne? Verlebt man das? Ja, alles. We are three. So close. Ah, 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 ah. Mihai, ah, ah, ah. Beatrice, das sieht nach nem Perry aus. Das ist halt das geile, wenn ich bei Festungen invasiere, da gibt es wenigstens keinen Boss. So, ich gucke mal, was hier oben abgeht. Ah, nice. So. Schade, dass das. Ultra, zwei Hände frei. Okay. Das war der Host. Alter, da wäre ich jetzt fast noch gestorben. Ich dachte gerade, ich habe einen Host schon gekillt. Was ist denn so? Phantom. Okay. Loll. Backstab. Ich habe das jetzt erst mal gesehen, das Video. Wie der das macht in Dark Souls 3. Backstab. 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 Das ist ja gestorben. Backstab. Okay. Das ist ein bisschen Spaß, das mal rein. Und den Moon gedodged. Oh no. Endlich, Junge, endlich mal, endlich, endlich hat's mal geklappt. Alter, man darf heute nicht aufgeben, man darf heute nicht aufgeben, das ist heute so wichtig.